Schönen guten Samstagmorgen. Ja fast Samstag Mittag. Schönen Dank. Schönen Dank für nichts. Sag mal du oder? Hallo. Ich? Na, wir haben jetzt gerade vom Hallo sagen. Du hast doch schon Hallo gesagt. Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Race Vlog. Wir haben jetzt gerade vom Dom die Kamera geholt, die kleine GoPro, weil wir fahren heute beide und niemand kommt mit zum Filmen. Der Kalle Nett und der Dom mit Nett und da müssen wir mal sehen, wie wir es machen. Wir filmen einerseits mit der großen Kamera, wenn wir es können und auf der anderen Seite muss man halt mal sehen, wie wir den GoPro machen. Der Arbit fährt alleine. Mein Motorrad ist noch nicht zusammengebaut. Da ist der Motor noch auseinandergeruppt. Ich fahre mit jemand anderem seinem Motorrad, mit dem zusammen im Team. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie es wird. Achso, es geht übrigens nach Tremoul. Echtkapp. Habe ich noch gar nicht gesagt. Echtkapp. Ja, ich weiß nicht, aber läuft es ja nicht. Echtkapp. Tremoul. Danke. Ja. Komm, wir müssen los. Wir sind schon wieder viel zu spät dran. Mit welchem Motorrad? Mit welchem Motorrad? Ich sag mal. Der Einer, der fährt heute mit Jeffrey Hörlings zusammen. Und da wollen wir mal sehen, wer der schneller ist. Litz Hörlings fährt er zusammen. Hörlings Motokos Legende. Genau, Motokos Legende und der fährt heute mal Echtkapp. Ja, den haben wir einfliegen lassen. Ja, aus Niederlande kam der her. Genau. Nur von Echtkapp. Nur von Echtkapp. Der bringt das einmal durch als auch. Alles klar, tschüss, bis nachher. Hallo, wir sind jetzt in Tremoul gekommen. Wir filmen jetzt auf der GoPro und fangen jetzt mal kurz, ganz kurz nur zur Strecke ab und zur Anmeldung. Und dann sehen wir weiter. Jetzt geht's wo reinfahren und über die Großen. Jetzt haben wir noch was. Ähm, die Streckebesichtigung war okay. Ziemlich schnell gesteckt, ist aber geil. Hast du zumindest, dass wir es mal jetzt gesehen haben. Also die Startaufstellung steht auch schon. Und, ja, ich stehe hoch. Äh, Hirsch. Hirschmann. Hirschschene LC4, ja. So, wir ziehen uns jetzt einfach mal an und dann, wenn einer startet, ich starte auch. Aber, da muss ich auswechseln. Ja genau, wir ziehen uns mal an und dann sehen wir auch mal. Da haben wir euch wahrscheinlich mal ein bisschen an Bord mitnehmen. 5, 4, 3, 2, 1, Start. 30 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Start. 6, 5, 1, Start. Oh Gott, Gott, Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Abonnierbaudieres ZDF, 2020